Ja, Freunde, da bin ich wieder bei Let's Play 007, der Morgen stirbt nie. Und genau, wir sind im dritten Level angekommen. Und ich hoffe, dass das jetzt mal ein bisschen länger wird hier, als der letzte Part. Kava Medien in Hamburg. Alles klar, dann würde ich sagen, gehen wir da direkt mal hin. Kava ist, glaube ich, der Hauptbösewicht, kann das sein? Ja. Letzte Nacht wurde das britische Marineschiff Devonshire im südchinesischen Meer versenkt. Wir glauben, dass Elliot Kava seine Finger im Spiel hatte. In seiner Zeitung der Morgen erschien die Story, bevor unser Aufklärungsteam einen Bericht hatte. Kava feiert heute eine große Party. Die Eröffnung seines globalen Satelliten-Netzwerks wird live übertragen. Mag sein, seine Frau Paris weiß etwas über seine Geschäfte. Vielleicht können sie von ihr ein paar Informationen erhalten. Ah, krass, okay. Also der hat was zu feiern und wir sollen was rauskriegen von seiner Frau. Okay, dann machen wir das doch, würde ich sagen. Wir sind in Hamburg unterwegs. Und genau, Kava ist halt dieser Hauptbösewicht. Und deswegen heißt das auch, der Morgenstück... Nee, der Morgen ist nämlich eine Zeitung. Genau. Oh, geile Mucke, ey. Dük, 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 dük. Da ist er wieder, yo. Hi, PS Bros. Yo, geil. Wir haben eine Uzi. Wir haben eine Uzi. Cool. Okay. Ja, dann. Oh, nee, Moment. Moment. Hier, Headshot, komm. Und? Na, komm schon. Ich will dem Headshot geben. Jawoll. Geil. Okay. Ah, shit. Uiuiui. Sirenen, okay. Alarm. Alarm. Ah, shit. Die Boxen kann man nicht kaputt machen, glaube ich. Ey. Ey. Nix da, mein Freund. Gib mir deine Muni. Zack. Einfach ratatatatatat hier. Die Musik ist geil. Ding, 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 ding. Fernbedienung für die Tür. Kann man die Boxen kaputt machen, da? Ich glaube nicht, ne? Ne. Leider nicht. Okay, egal. So. Was gibt's hier noch? Hier hinter vielleicht irgendwas? Schwere Panzer. Was haben die dann hier gespielt? Kann man das sehen? Was steht da? Poker! Ah, alles klar. Was? Drücke Kreis. Oh, hallo. Ah, das kann man, glaube ich, kaputt machen. Genau, ja. Ah, hier ist ein Computer. Alles klar. Treffen mit Paris. Ja, dann. Ah, das ist noch einer. Komm. Nächster, mein Freund. Hier ist noch ein PC. Kann man den auch kaputt machen? Ist ein Computer da. Kann man den kaputt machen? Yo, hier kann man alles kaputt machen, ne? Ist geil. Aber brauche ich, glaube ich, nicht. Äh, ich muss erst mal hier hinten. Da ist eine Tür. Gesperrt, okay. Oh, geil. Voll gepanzert. Mit vollem Leben. So. Ah, hier können wir rein. Hi. Da bist du auch schon tot. Jo, wieder ein Alarm. Was ist das da? Fahrstuhlkarte. Cool. Okay. Jo. Dann nehmen wir das. Was ist das denn hier? Muss ich da drauf drücken? Oder drauf schießen? Was ist das denn? Ja. Kaputt. Alles klar. Ding, 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 ding. Alles klar. Ich würde sagen, gehen wir mal wieder raus hier. Schauen wir mal, was hier ist. Ist auch gesperrt. Okay. Was haben wir hier noch? Hier war auch noch eine Tür, oder? Oder nicht? Naja, hier war nichts. Alles klar. Gut. Dann. Konferenzraum hier. Irgendwas. Computerraum. Keine Ahnung. Computer sind im Arsch. Naja. Äh, drücke Kreis. Ah, wir fahren Aufzug. Cool. Drücke Kreis. Oh. Drücke doch Kreis. So, zack. Schauen wir mal. Hallo. Ist hier jemand? Ah ja. Schaut mal. Da ist ein Typ. Da ist ein Typ. Und zack. 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 Der letzte war ein Headshot. Okay. Ah. Oh mein Gott. Okay. Zack. So, hol dir das Medipack da. Und renn mal wieder raus. Was ist hier? So, genau. Und da ist der Typ. Und zack. Oh, ich habe keine Muni mehr gehabt. Ah, schade. Aber ich habe ja noch meine Kalaschnikof. Ah, ich habe keinen Sniper mehr. Aber ich glaube, hier bin ich jetzt eine Rutsi bekommen. Ich gucke mal. Vielleicht hat da ja noch Muni dabei. Und? Ey, 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 ey. Nichts da, mein Freund. Haa. So, alles klar. Gut. Dann. Hier sind wir hergekommen. Genau. Ist hier dieser Computer gewesen? Keine Medipacks mehr. Dann würde ich sagen. Was ist das denn da? Hier ist ein Aufzug oder so, ne? Kann man nicht kaputt machen. Ich habe mich immer gefragt, was für ein Gefühl das sein würde, dich wiederzusehen. Jetzt weiß ich was. Das ist dafür, dass du mich verlassen hast. Tja, ich fühle mich jetzt viel besser. Also, weshalb bist du hier? Harris, irgendjemand aus der Organisation deines Mannes hatte mit der Versenkung der Devonshire und dem Mord an den britischen Seemännern zu tun. Weißt du etwas darüber? Elliotts Firma hat mit vielem zu tun, James. Ich kümmere mich nicht um alles. Es tut mir leid, was zwischen uns passiert ist. Aber ich brauche deine Hilfe. Also, ich weiß von einem abgesperrten Lauf... Ah, Mr. Bond. Würden Sie mir erlauben, Ihnen alles zu zeigen? Das ist der Kava, glaube ich. Ja, ja. Das ist der. Ey! Was soll das denn? Geht ja gar nicht. Stylisch auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Was ist das? Hallo? Spiegel. Gerät benutzen, was? Oh! Okay. Ah! Aber was soll ich machen? Ich habe keine Waffe. Einfach... Einfach totkloppen, oder? Ne, ich habe keine Waffe. Keine Ahnung. Wo ist die Waffe? Was soll ich machen? Ah, Moment. Da liegt doch was drauf. PK7. Ja. Nice. Okay. Oh, shit. Oh, was ist das da? Ah! Cool! Okay. Kann man hier noch was machen? Noch was kaputt machen hier? Ich weiß, ich spiele ein bisschen rum, aber das ist ja... ...ein scheinbar ein... ...sehr kurzes Spiel. Deshalb will ich hier noch mal so ein bisschen rumgucken, ne? Gekreis. Ah! Alles klar, ich habe irgendwas... Ah ja, ausgeschaltet, ja. Ich habe den Strom ausgeschaltet für seine Feier. Okay. Und wir sollen hier raus. Okay. Ah, ich habe meine Kalaschnikow wieder. Und zack. Nein, ich will nicht. Die gibt nur einen Schuss ab. Ist blöd. So, lad nach. Ja, alles klar. Hier war noch ein anderer Typ. Wo sind die anderen Typen? Wo sind... Hä? Da sind sie doch. Hallo, Freunde. Ey. Moment mal. Ich probiere nochmal hier. Ich glaube, das geht aber. Ah, doch! Scheiße! Shit, Mann. Du bist weg. Und du bist weg. Und der da hinten ist jetzt auch weg. Wo bist du? Da vorne bist du. Oh mein Gott, ich bin fast tot! Alter! Alter, 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 alter. Fick dich. Oh, sorry. Ich meine natürlich... Verdrück dich. Das Kreis drücken, alles klar. Jo, noch mehr! Okay. Oh, wie viele Leute sind denn hier? Und... Zack, 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 zack. Oh mein Gott! Hey, 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 hey. Ich bin gleich tot, Alter. Nein! Okay, ich habe also einfach... Continue hier, okay. Okay, ich habe ein Continue hier. Das ist gut, ey. Das hat mir jetzt den Arsch gerettet. Oh, krass. Okay, wie viele Leute hier sind. Hä? Wo kommst du denn her? So. Dann. Raus hier. Aber dieses Schrecklaufen, das muss ich mir nochmal hier... So, genau. Ah, so ist das. Ja. Alles klar. Okay, und... Level geschafft! Ey, es ist... Wieder nur 10 Minuten oder so. Naja. Egal. Wie gesagt, schönes Minispiel. Das sind, glaube ich, doch die ersten Level, die so schnell sind, ne? Schon wieder Stil 0. Schade. Na, egal. Punkte 22.000. Das speichere ich mal, würde ich sagen. Es war ja hier, ne? Ja, die Musik. Es tut mir leid. Na, manchmal geht die so ein bisschen und manchmal ruckelt die. Na, egal. Ja, gut. Wir haben Carvas Party ruiniert, sozusagen. Und, genau. Dann würde ich sagen, ja. Mache ich hier für heute mal Schluss. Und werde die Parts jetzt mal schneiden. Und, genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hier bei dringender Verabredung. Das ist, glaube ich, auch in Hamburg. Und, genau. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch bitte ein Like oder ein Abo. Und, jo. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, ne? Ciao.